Rund 60.000 Hunde leben im Kanton Zürich. Jedes Jahr kommt es zu 540 bis 700 Bissvorfällen, weil die Menschen die Signale der Hunde nicht richtig deuten. Codex Hund hilft Hunde besser zu verstehen. Mit eingängigen Spots im Kino und online. Hunde verstehen. Auch ohne gemeinsame Sprache. Für ein friedliches Mit- und Nebeneinander. CodexHund.ch Hunde verstehen. Auch ohne gemeinsame Sprache. Für ein friedliches Mit- und Nebeneinander. CodexHund.ch Verbunden mit ausführlichen Infos und einem gezielten Engagement der Zielgruppe sorgte die Kampagne nachweislich für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Hund. CodexHund CodexHund CodexHund